Vor über 140 Jahren wurde Schneider Weiße aus der Taufe gehoben. Seitdem ist die Brauerei erfolgreich in Familienhand der Brauerfamilie Georg Schneider. Heute in der sechsten Generation. Fortschrittlichkeit und Nachhaltigkeit sind untrennbar miteinander verknüpft. Denn nur in der harmonischen Verbindung von Tradition und Innovation können die verschiedenen Farbtöne der Braukunst wirklich zum Leuchten gebracht werden. Davon ist man bei Schneider Weiße überzeugt. Zum Leuchten bringt nun auch ein neuer digitaler Service die Brauerei. Seit April hat Schneider Weiße Share-to-Act Assistance im Einsatz und so das komplette Wartungs- und Ersatzteilmanagement von Brauerei und Füllerei im Blick. Hinterlegt sind auch gleich noch wichtige Dokumente wie Datenblätter und Richtlinien. Das Ausrollen des Systems auf alle Maschinen läuft momentan noch. Aktuell werden aber bereits bis zu 5000 Wartungsaufträge damit abgewickelt. Künftig sollen die benötigten Ersatzteile direkt über Share-to-Act Assistance aus dem Kronis Shop bestellt werden können. Zum Bedienen nutzt Schneider Weiße sowohl PCs als auch iPads. Mit dem Einsatz von digitalen Kronis Services beschreitet Schneider Weiße den Weg aus Tradition und Innovation konsequent weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017